ja hallo freunde heute ganz kurz gezeigt wie ihr das problem lösen könnt wenn windows 10 sich nicht herunterfahren lässt ja was ich damit meine ist wenn wir jetzt unsere windows 10 hier herunterfahren und hier diese meldung kommt wird heruntergefahren es bleibt aber so in meiner schleife ja und es gibt nicht weiter bei mir wird es ausgehen hier aber das ja der kreis dreht sich und dreht sich und wir können dann unsere rechner nur noch über den power button ausschalten ja was auf die dauer nicht gut ist für den rechner das liegt meistens an eine kleine einstellung hier ja also das ist eine mögliche lösung die aber wirklich meistens funktioniert und zwar über die systemsteuerung hier unter energieoptionen hier müssen wir eine kleine einstellungen ändern und zwar wenn wir jetzt hier auf auswählen was beim drücken von netzschalter geschehen soll hier einmal draufklicken und genau hier haben wir die option hier schnell start aktivieren ja der haken muss dann hier raus das ist jetzt gesperrt wir müssen dann noch mal hier draufklicken einige einstellungen sind momentan nicht verfügbar ja einfach draufklicken damit das jagd verfügbar wird und einfach den haken hier rausnehmen und änderung speichern und dann nach einem neustart sollte das problem schon behoben sein ja das ist wie gesagt eine mögliche lösung funktioniert aber meistens was noch sein kann wenn ihr das problem weiterhin habt ja wenn das problem damit nicht gelöst wurde dann solltet ihr vielleicht wenn ihr einen intel prozessor habt ja einfach den treiber noch mal installieren bzw updaten und dann ja den intel treiber und dann sollte das spätestens dann ja oder problem gelöst sein ja das war es auch schon alles wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen ich freue mich danke fürs zuschauen und ja bis zum nächsten mal ja 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 Vielen Dank.